Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über die Frage sprechen, was kostet meine Haussanierung? Ja, für alle von euch, die vielleicht gerade überlegen, ein älteres Haus zu kaufen und zu sanieren, beziehungsweise vielleicht auch schon gekauft haben oder geerbt haben oder wie auch immer, möchte ich versuchen, der Frage nach den Kosten für eine Haussanierung etwas auf den Grund zu gehen. Ja, man muss natürlich vorneweg dazu sagen, dass es einfach sehr schwer ist, diese Frage so pauschal zu beantworten. Es kommt natürlich zum einen darauf an, was ihr machen lassen wollt, also wie umfangreich die Sanierung sein soll, ob das nur irgendwie, sag ich mal, ein bisschen optische Maßnahmen sind, wie die Wände mal neu machen, vielleicht neuen Fußboden verlegen und, keine Ahnung, irgendwie die Innentüren austauschen oder ob ihr wirklich größere Umbaumaßnahmen vorhabt, also gerade wenn ihr dann auch irgendwie von der Raumaufteilung her was ändern wollt und auch in die Statik zum Beispiel eingreifen wollt, dann wird es natürlich direkt irgendwie komplizierter und irgendwie teurer. Auch solche Dinge wie natürlich irgendwie zum Beispiel neue Fenster oder auch irgendwie ein neues Dach zum Beispiel, sind natürlich auch sehr große Kostenblöcke. Dann kommt es natürlich darauf an, ob ihr alles machen lasst oder ob ihr auch Dinge selber macht, wie zum Beispiel irgendwelche Abbrucharbeiten oder auch irgendwie neu streichen oder sowas. Und es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr auch noch zusätzliche Kosten habt für einen Architekten oder einen Bauleiter zum Beispiel. Und last but not least gibt es natürlich auch einfach große regionale Unterschiede. Also ich sag mal, in solchen Städten wie München, Frankfurt und so weiter ist natürlich sowas grundsätzlich immer etwas teurer, als wenn man jetzt irgendwo, sag ich mal, weiß ich nicht, irgendwo aufs Land oder so geht. Und am Ende des Tages gibt es natürlich auch einfach Unterschiede zwischen den einzelnen Handwerkern, wo es natürlich auch in jedem Fall auch Sinn macht, sich da verschiedene Angebote einmal einzuholen. Ja, ich habe trotzdem für euch eine lange Liste mit verschiedensten Kostenpunkten einmal zusammengestellt. Diese Kosten habe ich tatsächlich von verschiedenen Angeboten, die wir uns in den letzten Monaten im Rahmen von unserer Haussanierung eingeholt haben. Also das sind alles Angebote, die jetzt sehr aktuell sind, von Ende 2023, beziehungsweise jetzt aus den letzten Monaten eben von 2024. Da ist natürlich schon eine gewisse Marge auch einkalkuliert für den Bauunternehmer. Und da sind auch tatsächlich schon solche Kosten mit drinnen einkalkuliert für eine gewisse Art von Bauleitung, die der Bauunternehmer auch an dieser Stelle übernimmt. Also es kann natürlich sein, wenn man das jetzt direkt mit einem Handwerker zusammen macht, dass es vielleicht nochmal einen kleinen Tick irgendwie günstiger wird. Ja, wenn euch das mündlich jetzt alles zu schnell geht und ihr diese Liste nochmal schriftlich haben wollt, dann schreibt mich einfach gerne an. Am besten einfach über Instagram, über meinen Kanal, addthemommydiary. Ich verlinke euch den Kanal auch einmal unten in der Beschreibung des Videos. Da könnt ihr mich einfach gerne anschreiben, dann schicke ich euch das gerne einmal zu. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz so zu unserem Hintergrund, damit ihr einfach nochmal wisst, sozusagen, warum ich jetzt hier über dieses Thema erzähle. Also mein Mann und ich, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus mit Baujahr 1972 gekauft. Und wir lassen das Haus jetzt gerade seit Anfang des Jahres zusammen mit einem Bauunternehmer aus Frankfurt eben sanieren. Das ist mehr oder weniger eine Kernsanierung. Wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, wie das Haus am Anfang aussah, was wir alles machen lassen wollen und wie diese ganzen Maßnahmen auch so vorangehen, da könnt ihr auf jeden Fall gerne einmal hier oben klicken und da einfach einmal reinschauen und euch da nochmal ein bisschen genaueres Bild zu unserem Umbauvorhaben eben machen. Ja, dann habe ich jetzt hier einmal meine Liste ausgepackt. Ich habe mir die Zahlen jetzt nicht alle auswendig gelernt, deswegen muss ich hier tatsächlich jetzt immer ein bisschen auf den Zettel schauen, wo eben all die Preise einmal draufstehen, die ich eben aus den verschiedenen Angeboten für euch einmal rausgezogen habe. Ja, ich starte einmal mit dem Thema neue Fenster. Genau, also jetzt sind, wie gesagt, Preise, die auf unser Bauvorhaben jetzt bezogen sind. Wir hatten da einmal ein Angebot von WK und einmal dann über unseren Bauunternehmer eben von Schuko. Wir haben ja circa 230 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss, circa 200 Quadratmeter Fläche im Keller und nochmal circa 60 Quadratmeter Fläche im Dachgeschoss. Bei uns geht es wirklich um den Austausch von allen Fenstern. Im Dachgeschoss ist es nur eines, im Keller sind es halt viele so kleinere Fenster und im Erdgeschoss haben wir tatsächlich an den Fenstern auch einiges geändert. Also wir hatten viele Fenster mit Rundbögen drin oder auch ganz runde Fenster. Wir haben da schon auf jeden Fall einiges dran geändert, die von der Größe her angepasst, zum Teil irgendwie Fenster vergrößern lassen, runde Fenster eben durch rechteckige Fenster ersetzt. Eine zusätzliche Balkontür für die Einliegerwohnung und so weiter. Wir haben auch ein paar größere Elemente drin, also zum Beispiel in zwei Räumen Richtung Garten haben wir so 3,50 Meter große feststehende Elemente, die wirklich an einem Stück irgendwie sind. Wir haben überall Dreifachverglasung, Schutzglas, elektrische Rollläden, Falzlüfter, also auch so, dass es eben den energetischen Anforderungen der BAFA, beziehungsweise der KfW irgendwie entspricht. Und da wurde bei uns so geschätzt mit circa 70.000 bis 80.000 Euro für die Fenster, inklusive Ausbau der alten Fenster und Einbau der neuen Fenster. Also das war schon auf jeden Fall einer der größten Kostenblöcke auch bei unserer Sanierung. Dann haben wir auch zwei neue Haustüren für unser Haus bestellt. Also wir haben noch eine Einliegerwohnung, deswegen haben wir da eben zwei. Da wurde so circa mit 6.000 Euro geschätzt. Das ist eben eine Tür aus Aluminium, glaube ich. Das ist eine mittlere Preisklasse. Da lagen wir so bei circa 6.000 Euro für eine neue Haustür. Dann lassen wir auch die Fassade dämmen. Bei der Dämmung wurde mit Mineralwolle geplant. Die Gesamtfläche waren so circa 240 Quadratmeter vom Haus eben außen, inklusive auch der Sockelleisten. Und da kamen wir so auf circa 24.000 Euro netto. Also das sind dann eben pro Quadratmeter so circa 100 Euro. Da ist dann auch schon verschiedene Nebenarbeiten mit einkalkuliert, dass zum Beispiel irgendwie bestimmte Dinge abgebaut werden müssen. Irgendwelche Gitter, Treppen, Geländer und so weiter. Und dann eben anschließend wieder dran montiert oder dran gebaut werden müssen. Also das ist jetzt nicht nur die reine Dämmung, sondern da ist eben diese Nebenarbeiten eben schon mit einkalkuliert. Dann mache ich mal weiter mit der Dämmung des Dachgeschosses. Also da hatten wir ein Angebot, um die alte Zwischensparendämmung, die da bei uns jetzt gerade drin ist, eben entfernen zu lassen und eben auf dem Sondermüll entsorgen zu lassen. Sondermüll, weil es zum einen Mineralwolle ist und zum anderen auch bei uns leider teilweise mit Schimmel besetzt war. Da kamen wir auf circa 30 Euro den Quadratmeter netto. Und dann für die neue Dämmung, also jetzt die Dämmung sozusagen der Dachfläche von innen, inklusive eben einer Dampfsperre und einer Hinterlüftungsebene. Da wurden uns 92 Euro den Quadratmeter netto genannt. Dann hatten wir auch so zwei schicke alte Wendeltreppen im Haus, die wir entsorgen lassen haben und dafür eine schöne, ganz normale Holztreppe einbauen lassen wollen. Für die Holztreppe wurde uns so Kosten von circa 12.000 Euro genannt, plus nochmal 5.000 Euro für den Einbau der Treppe. Dann hatten wir auch mal ein Angebot oder eine Kostenschätzung zumindest uns geben lassen für den Einbau von einer Gaube im Dachgeschoss. Für eine Gaube, die jetzt aus Fertigteilen bestellt. Also es ist jetzt keine Gaube, die vom Schreiner oder vom Zimmermann irgendwie gemacht wird, sondern es ist eine Gaube, die eben aus so Metallteilen besteht, aus solchen Fertigelementen. Da gibt es so Anbieter, die eben so Baukasten mäßig das für einen auch relativ schnell zusammensetzen und dann auch innerhalb von einem Tag auf dem Dach montieren können. Genau, mit der Breite von sieben Metern, einer Höhe von 2,50 Meter. Wie gesagt, so, ja, es waren glaube ich so circa 12.000 Euro netto und circa 15.000 Euro brutto in dem Fall. inklusive natürlich auch der Anlieferung mit einem und der Montage mit einem Autokran. Ja, dann hatten wir uns auch mal informiert, weil wir da leider einige Probleme mit unserem Dach hatten, was es kosten würde, das Dach komplett neu eindecken zu lassen. Man muss dazu sagen, dass wir ein Bungalow mit einem Wallendach haben, also wirklich eine sehr große Dachfläche von circa 300 Quadratmeter. Da wurde uns gesagt, dass das mit so Kunstschiefer, also Faser-Zement-Platten zwischen circa 60.000 bis 80.000 Euro kosten würde. Wenn man jetzt natürlich mit echtem Schiefer arbeiten möchte, dann kommt da natürlich noch mal einiges mehr dazu. Es ist wohl gar nicht so ein riesiger Preisunterschied, aber ich denke mal, so mit 100.000 Euro müsste man schon auf jeden Fall für diese Fläche rechnen. Dann der Austausch der Heizkörper. Wir haben jetzt nicht für eine Fußbodenheizung entschieden, deswegen kann ich dazu jetzt leider nichts sagen, sondern wir haben einfach den Austausch der Heizkörper vorgesehen, aber auch dann eben neue Heizkörper, die eben entsprechend wärmepumpentauglich auch sind, also die eine etwas größere Fläche haben, damit die eben auch mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur für eine Wärmepumpe funktionieren. Da wurde uns jetzt für unsere komplette beheizte Fläche von circa 300 Quadratmetern so circa 20.000 bis 25.000 Euro als Preis genannt. Und ja, dann haben wir auch unser, da wollen wir unser Badezimmer auch komplett neu machen lassen. Da haben wir dann auch mal ein extra Angebot dafür bekommen von unserem Bauunternehmer. Das war bei uns jetzt wirklich mit allem inklusive. Also bei uns war es so, dass wir dafür zwei Räume haben zusammenlegen lassen. Dafür musste eben das alte Bad einmal komplett zurückgebaut werden und die ganzen Sachen entsorgt werden. Es musste eine Wand oder mehrere Wände abgerissen werden und neu gemacht werden. Wir hatten dann am Ende in Summe 12 Quadratmeter. Da war eben auch schon alles mit drin, also die ganze Badausstattung. Eine ebenerdige Dusche mit so einer Ablaufrinne am Ende, mit einer freistehenden Badewanne, die tatsächlich relativ teuer ist, mit einem Doppelwaschtisch mit Unterschrank, einer Toilette. Genau, die Ausstattung, alles relativ hochwertig. Also viele Sachen von Geberritt zum Beispiel. Die freistehende Badewanne, die war auch relativ teuer. Ich glaube, die kostet irgendwie im Fachhandel alleine schon irgendwie 6.000 Euro. Und natürlich dann auch der ganzen Fliesen. Da hatten wir mit so circa 65 Euro den Quadratmeter. Netto sind wir da irgendwie rausgekommen. Das war auch schon im Angebot mit drinnen. Neuer Heizkörper, so ein Handtuchtrockner und noch so eine Fußbodenheizung, die mit Elektrik funktioniert. Das ist so eine Folie, die da irgendwie unter die Fliesen gelegt wird. Da kamen wir in Summe bei ein bisschen mehr als 30.000 Euro. Allerdings in dem Fall jetzt auch wieder brutto raus. Dann haben wir für unser Haus auch eine neue Küche geplant. Das haben wir hier im Küchenstudio machen lassen. Also die Küche hat eine Fläche von circa 22 Quadratmeter, also relativ groß. Das ist jetzt wirklich nur die Küche als solches. Also sowas wie neuer Bodenbelag und so weiter ist nochmal separat zu betrachten. Wir haben eine Küche von Hecker. Das ist so eine matte, weiße Küche mit so einer Anti-Fingerprint-Beschichtung. Mit einer Arbeitsplatte aus Quarz-Composite vom Steinmetz hier aus der Region. Die Küche hat eine Insel, das sind alle Elektrogeräte mit drin von Bosch, relativ hochwertige Geräte. Und ansonsten haben wir zum Beispiel noch einen Apothekerschrank mit drin, so einen Le Mans Eckschrank, wo man eben so Sachen aus der Ecke dann so rausholen kann. Noch einen Rolllagenschrank für Elektrogeräte zum Dahinterstellen. Und da kamen wir jetzt in Summe auch bei circa 30.000 Euro brutto raus. Dann zum Thema Elektrik kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil wir bei uns im Haus tatsächlich die Elektrik jetzt nicht komplett neu machen lassen, sondern eben nur an einigen Stellen, die neu gemacht wurden, beziehungsweise einfach noch zusätzliche Leitungen für zusätzliche Steckdosen und so weiter eben geschaffen werden sollten. Zum Teil, weil wir auch natürlich eine Raumabteilung was geändert haben, mussten natürlich auch Lichtschalter verlegt werden, Steckdosen mussten verlegt werden und so weiter. Da kamen wir, glaube ich, so bei circa 14.000 Euro in Summe raus für diese 230 Quadratmeter, die wir jetzt im Erdgeschoss haben. Was es genau kostet, jetzt die Elektrik komplett neu zu machen, kann ich leider nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall deutlich teurer. Ich bin mir einer der Bauteil, der immer was gesagt hat, dass das irgendwie so um die 30.000 Euro oder sowas gekostet hätte jetzt für unser Haus. Ja, dann sage ich mal ein bisschen was zum Thema Bodenbelag. Also da hatten wir einmal für Bodenschleifen, Grundieren und Ausgleichsmasse einbringen circa 100 Euro den Quadratmeter netto. Dann für Fliesen gibt es natürlich wahnsinnige Bandbreite an Kosten. Also so zwischen 35 und 80 Euro den Quadratmeter netto muss man dann auf jeden Fall rechnen. Wir haben hier zum Beispiel Fliesen von Schöner Wohnen, die sind richtig groß, so ein Meter mal einen Meter, die kosten jetzt zum Beispiel 69 Euro den Quadratmeter netto. Je kleiner die Fliesen natürlich sind, desto günstiger werden sie. Und dann kommen natürlich noch Kosten für das Verlegen und Verfugen hinzu. Da wurde uns 135 Euro den Quadratmeter netto genannt. Dann für Parkett hatten wir uns auch mal ein Angebot geben lassen. Da wurde ein Materialpreis von so durchschnittlich circa 60 Euro den Quadratmeter netto gerechnet. Gibt natürlich auch günstigeres und teureres Parkett, das ist natürlich klar. Plus 110 Euro den Quadratmeter netto für den Einbau, also das Verlegen des Parketts, plus noch zusätzliche Materialien, die da eben notwendig sind. Und 18 Euro den Quadratmeter netto für den Abriss und Entsorgung des alten Parketts. Wir haben uns dann tatsächlich dafür entschieden, das alte Parkett einfach nur ausbessern, schleifen und ölen zu lassen. Also da gab es bei uns jetzt auch einige Stellen, wo Parkett gefehlt hat, durch unsere Umbaumaßnahmen, wo da einfach Löcher entstanden sind. Das hatte der Bauunternehmer eben mit eingekalkuliert, dass die eben mit vorhandenen Parkett, was noch aus anderen Räumen übrig geblieben ist, eben ausgebessert wird und dann eben geschleift und zweimal geölt wird. Da hatten wir einmal 40 Euro und das andere mal 60 Euro den Quadratmeter netto. Dann haben wir auch in ein paar Räumen Vinyl, beziehungsweise diesen Designboden. Bei uns jetzt von der Marke Tarkett. Das kostet 35 Euro den Quadratmeter netto. Und für das Verlegen muss man nochmal mit, oder wurde uns 42 Euro den Quadratmeter netto genannt. Dann lassen wir auch im kompletten Haus die Innentüren alle austauschen. Wir hatten da jetzt uns für Türen von Prüben entschieden. Relativ preislich gleichwert sind auch die Türen von Astra oder von Dextürer, die eigentlich alle auch eine recht gute Qualität haben. Die, die wir jetzt am Ende genommen haben, die haben auch nochmal so eine Lackbeschichtung, dass die eben besonders stoßfest sind. Ja, da kamen wir so bei circa 300 Euro pro Tür netto raus. Das sind jetzt wirklich ganz stinknormale Türen, ganz glatte, weiße Türen. Eben mit dieser Lackbeschichtung, da sind jetzt keine Extras dabei, wie irgendwelche, keine Ahnung, besonderen Schlüssellöcher oder sonst wie. Wir haben auch keinerlei Einfräsungen, Kassetten oder ähnliches mit dabei. Wenn man sowas möchte, dann kann sich der Preis relativ schnell auch nochmal verdoppeln, auf jeden Fall. Und für den Einbau der Türen wurde uns circa 400 Euro pro Tür netto genannt. Dann die Wände neu machen zu lassen. Also das ist einmal, dass überhaupt erstmal die alten Tapeten alle entfernt werden. Da hatten wir für 480 Quadratmeter ein Angebot für 6.000 Euro. Dann die Innenwände spachteln, schleifen und mit Malervlies tapezieren und zweifach weiß streichen. Da wurde uns 30 Euro den Quadratmeter netto genannt. Dann, wenn man die ganze Wände abreißen und entsorgen lassen möchte, dann kostet das circa 100 Euro den Quadratmeter netto. Dann gab es für uns einige Türöffnungen, die zugemauert werden sollten mit Itongsteinen beziehungsweise auch neue Wände aus Itongsteinen. Da wurde uns 180 Euro den Quadratmeter netto genannt. Für Trockenbauwände lagen wir bei circa 100 Euro den Quadratmeter netto. Um neue Türöffnungen zu schaffen, wurde uns so pauschal circa 400 Euro pro Türöffnung netto genannt. Dann gab es auch bei uns ein paar Stellen, wo einfach alte Decken entfernt werden sollten. Also das war zum Teil solche Holzdecken und zum Teil einfach ganz normale Decken. Für das Entfernen und Entsorgen lagen wir bei circa 33 bis 40 Euro den Quadratmeter netto. Und für neue Decken, also neue Deckenkonstruktionen auf Basis der alten Unterkonstruktion mit Rehgipsplatten doppelt beplanken, als Brandschutz jetzt auch in unserem Fall und verspachteln. Da lagen wir bei 100 Euro den Quadratmeter netto. Und ansonsten, wenn man jetzt irgendwelche Geschichten hat, wo man einen Statiker dafür braucht, da wurde uns als Kosten für den Statiker 185 Euro netto pro Stunde genannt. Ansonsten hatten wir noch einen Energieberater, der eben bei uns diese ganzen Anträge bei der BAFA gestellt und eingereicht hat und jetzt sozusagen so eine Baubegleitung macht. Also der kommt jetzt ab und zu auch mal ins Haus und schaut sich einfach an, dass eben alles richtig eingebaut wird, gerade wenn es eben um die energetisch relevanten Dinge wie Fenster geht, aber auch natürlich dann um die Dämmung. Da hat er jetzt in Summe 4000 Euro dafür verlangt, wobei wir da die Hälfte dann sozusagen nach Abschluss der Arbeiten von der BAFA zurückbekommen. Das heißt, da entstehen uns jetzt persönlich nochmal Kosten von 2000 Euro. Das war glaube ich auch wiederum brutto. Und genau ansonsten, wie gesagt, bei uns waren es diese ganzen Architektenleistungen wie eben Planung, Grundrisse erstellen und vieles weitere, aber natürlich auch diese ganze Baubegleitung, Bauleitung eben alles ja schon mit drin, weil wir mit einem Generalunternehmer zusammenarbeiten, aber wir hatten auch tatsächlich mal die andere Option auch zeitweise in Erwägung gezogen, da hatten wir auch mal mit einem Architekten und mit einem, ja mit einem Ingenieur gesprochen, die eben ja so gewisse Planungsarbeiten dann halt vor allem auch diese Bauleitung übernommen hätten. Und da muss man nochmal mit circa, ja je nachdem, aber so mit circa 15 Prozent sozusagen auf die Gesamtkosten der Umbaumaßnahmen rechnen. Also wenn man jetzt zum Beispiel für 100.000 Euro umbaut, dann müsste man für den Architekten oder für den Ingenieur eben nochmal circa 15.000 Euro an Kosten einplanen. Also ja, das sind mal so die Zahlen, die ich euch mit an die Hand geben kann, die ich eben aus unseren ganzen Angeboten für euch einmal rausgesucht hatte. Wie gesagt, es kommt natürlich sehr stark darauf an, was man machen lässt, in welcher Region man lebt, wie viel man selber macht und so weiter. Natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, Geld zu sparen. Also sicherlich kann man natürlich zum Beispiel auch bei der Qualität der Ausstattung irgendwie Geld sparen, indem man ja zum Beispiel irgendwie günstigere Türen kauft. Also im Baumarkt kriegt man auch Türen. Man kann natürlich auch irgendwie die Sanitärobjekte fürs Bad natürlich irgendwie online bestellen. Also gerade bei solchen Webseiten wie Megabart oder so bekommen wir auch mal echt gute Discounts. Also es gibt da sicherlich eine ziemliche Bandbreite, aber ich muss jetzt doch sagen, ich hatte da jetzt mal so zwei, drei Angebote jeweils miteinander verglichen und es war tatsächlich an vielen Stellen dann doch relativ ähnlich. Also ich glaube, wenn man da wirklich mit professionellen Firmen zusammenarbeitet, die wirklich von Anfang bis Ende alles für einen machen und auch eben wirklich eine gute Qualität verbauen, dann sind diese Werte auf jeden Fall schon absolut realistisch. Und ja, ich glaube, damit kann man ganz gut auf jeden Fall mal so grob irgendwie kalkulieren. Generell kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt überlegt, ein Haus zu sanieren und da einfach noch mal mehr Transparenz haben wollt, was die Kosten angeht, dass ihr euch wirklich Bauunternehmer aus eurer Region halt sucht, so Generalunternehmer, die euch wirklich solche Pauschalangebote erstellen können, dass ihr denen das Haus einmal zeigt, denen eben genau erklärt, was ihr alles machen wollt. Vielleicht auch schon vorhandene Unterlagen, Statik und so weiter irgendwie einmal rüberschickt, Grundriss und alles, was ihr habt. Und dann würden diese Bauunternehmer das für euch wirklich einmal alles von Anfang bis Ende durchrechnen. Die haben natürlich da einfach einen großen Fundus an Referenzwerten, alten Angeboten und so weiter, dass sie zurückgreifen können. Und die können euch wirklich ein Pauschalangebot errechnen, wo ihr dann tatsächlich, wenn ihr euch dann auch für die Zusammenarbeit entscheidet, auch wirklich dann genau nur das zahlen würdet. Außer natürlich, ihr macht noch irgendwelche Sachen extra, die vorher nicht geplant waren, aber das sind dann wirklich sozusagen eigentlich fixe Beträge, wo dann auch eigentlich, ja, zunächst mal jetzt, wenn man alles so macht, wie es im Angebot steht, eben keine extra Kosten theoretisch hätte. Und da bekommt ihr halt ein richtig gutes Gefühl dafür, was das eben in Summe euch alles kosten wird. Ich hatte die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt mit einem Architekten oder mit einem Ingenieur spricht, die schätzen natürlich dann ganz grob, sagen, das kostet jetzt irgendwie 1200 bis 1500 Euro den Quadratmeter oder so. Aber die laufen jetzt natürlich nicht extra los und lassen es jetzt irgendwie von allen möglichen verschiedenen Gewerken und Handwerkern alles einmal durchrechnen. Das heißt, die können euch halt oft nicht so genau sagen, was es am Ende kosten wird, wie das halt ein Bauunternehmer machen kann, der das halt wirklich für euch einmal alles, ja, mit einem fixen Angebot dann irgendwie durchrechnet. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, selbst wenn ihr dann am Ende sagt, ihr wollt nicht mit einem Bauunternehmer zusammenarbeiten, sondern lieber mit einzelnen Handwerkern oder mit einem Architekten oder wie auch immer, habt ihr auf jeden Fall ein ganz gutes Gespür dafür, was am Ende da eben an Kosten auf euch zukommen. Und ja, ansonsten kann ich euch generell auch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall genug Puffer einplanen solltet. Also es werden immer Themen links und rechts irgendwie aufpoppen, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Also einfach Dinge, wo ihr irgendwie merkt, okay, da muss doch irgendwie mehr gemacht werden, als man gedacht hat. Schimmel, der irgendwo gefunden wird, Feuchtigkeit, die irgendwo eindringt, irgendwie Statikthemen, die man vorher nicht hat kommen sehen oder auch einfach, dass man halt irgendwie along the way irgendwie einfach doch beschließt, hey, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann lassen wir das und das irgendwie doch noch machen. Lass doch ein neues Badezimmer machen. Lass doch irgendwie, keine Ahnung, die Elektrik neu machen oder so. Also das ist auf jeden Fall, darf man nicht unterschätzen, was da noch einfach an zusätzlichen Kosten so entlang des Weges irgendwie aufkommt. Deswegen sollte man auf jeden Fall einen Puffer von 15 bis 20 Prozent einplanen, damit man da einfach am Ende nicht irgendwie finanziell irgendwie in Schwierigkeiten kommt. Ja, das wäre es einmal zu dem Thema, was ich euch sozusagen da aus unseren Erfahrungen eben mitgeben kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was ihr noch wissen wollt, vielleicht irgendwelche Kosten, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die ihr gerne noch wissen wollen würdet oder so, dann könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren einmal fragen. Dann antworte ich ja sehr gerne einmal drauf. Wenn ihr, wie gesagt, die Liste schriftlich haben wollt, dann schreibt mich gerne einfach an. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch viele weitere Videos mehr sehen wollt rund um unser Haussanierungsprojekt, aber auch einfach viele Infos, die ich rund um das Thema Hauskauf, Haussanierung und so weiter mit euch teile, dann abonniert auf jeden Fall auch sehr gerne einmal meinen Kanal. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben!